Denny Espichy vom Fitness-Treff Erbendorf. Start Nummer 74, Vitaly Schick vom Vitalis Hagen. 75, Fabian Koch vom Olympik in Hamburg. Start Nummer 76, Niklas Nervauch vom Sportschule Bühnenberg. Start Nummer 18, Stefan Heuslau, Fitness on Top aus Halbstadt. Start Nummer 83, Alessandro Preco vom Partnerhaus in Lutensburg. Und Ansicht, Kampfgrift wertet schon, Halbung annehmen. Viertelkrieg nach rechts zur Seitenansicht. Viertelkrieg nach rechts zur Rückenansicht. Viertelkrieg nach rechts zur Seitenansicht. Und wenn wir wieder die Vorderansicht einnehmen. Und auch hier wird natürlich durchgewechselt die Frau Doktor noch etwas in die Hand. Viertelkrieg nach rechts zur Seitenansicht. 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 Jawohl, so schön. Warte los! Super! Und eine weitere Viertelkrieg zur Seiteansicht. So, wir geben dem Kampfgewicht auf einmal die Möglichkeit, einen Blick auf eure Nutzungskraft zu haben. Und dann gewerten wir uns mit einem großen Applaus bei den Mainz, die Siegabendien ist ein Lieder für unser Spiel.